Ganz wichtig ist es, wenn ich zu einem Video oder Fotoshooting komme, bitte räumt eure Firma auf. Man kann natürlich viele Sachen rausretaschieren, aber es kostet wahnsinnig viel Zeit und das Ergebnis wird dadurch nicht besser. Also bitte räumt eure Firma auf, somit haben wir bessere Ergebnisse und dann kann ich mich wirklich auf die einzelnen Details bei der Retusche kümmern.